Mission 2 wird wieder etwas traditioneller. Wir sind neben einer trojanischen Siedlung gelandet, die uns um Hilfe bittet. Die Trojaner werden selbst nicht expandieren oder aufbauen und agieren mehr als Deko als als Spielelement. Im Norden gibt es eine feindliche Wikinger-Siedlung, die wir zerstören müssen, danach erhalten wir weitere Anweisungen. Die Trojaner schicken gelegentlich Fähren in unsere Richtung, die aber zerstört werden, bevor sie uns erreichen können. Die Waren, die sie transportieren, sind theoretisch hilfreich, wir können sie aber erst bekommen, wenn wir sie nicht mehr brauchen werden. Ihr könnt auch die Tipps in der Missionsbeschreibung ignorieren, im Westen der Karte ist nichts von Bedeutung zu finden. Die feindliche Siedlung im Norden stellt keine große Bedrohung dar, da sie kaum Soldaten produziert. Im Osten finden wir einen ruhenden Vulkan, der zwar Rohstoffe, aber wenige gute Plätze für Minen hat. Für je eine Kohle, Eisen, Stein und Goldmine sollte es aber genügen. Die Bergkette im Norden enthält mehr Rohstoffe, hier müsst ihr aber aufpassen, dass eure Geologen nicht über die Grenze gehen. Die Wikinger bauen auch Minen an der Grenze, dort können lieber also vielleicht ein paar Waren stehlen. Bauplatz ist am Anfang relativ knapp, aber Rohstoffe sind es zum Glück nicht, wenn ihr etwas vorausplant. Macht aber nicht meinen Fehler und lasst den Statum auf jeden Fall stehen, selbst wenn ihr später woanders eine Verteidigungsstellung aufgebaut habt. Die Trojaner übernehmen sonst einen Teil ihres Startgebietes und auch wenn sie nicht weiter expandieren, sorgt es dafür, dass die Warenlieferung von den Fähren im Trojanergebiet landet. Sobald ihr die Wikinger besiegt habt, wird ein verbündeter Pista enttarnt, den ihr besuchen müsst. Ihr wird euch bitten, das dunkle Land im Osten der ehemaligen Wikinger-Siedlung zu säubern. Sobald das erledigt ist, habt ihr gewonnen und die Trojaner werden per Magie umgesiedelt. Die Mission ist okay, aber der Plot fühlt sich an, als hätte ihnen niemand mal Korrektur gelesen. Außer Schiffe versenken kann dieser Zauberer nichts, was ihn als Bedrohung etablieren würde. Er kann auch aus irgendeinem Grund weder mit Gärtnern noch mit seinem Abkürzungszauber umgehen. Ihm ist auch egal, dass wir seine gesamte Siedlung abgemetzelt haben. Und noch dazu ist die Trojaner-Siedlung stark genug, dass sie keine Angst vor ihm haben müssten, oder zumindest nicht vor seinen Gefolgsleuten. Glücklicherweise wird die Maya-Kampagne in den kommenden Missionen noch etwas interessanter.